So, richtig. Wie du noch mal fragst, Außenpfosten und Lichtpfosten, sagt er bei der Kamera. Oh, schon ewig. Der zweite. Hinter, ich will vom ZDF. Schon für das siebte Spiel. Schon für das siebte Spiel. Schon für das siebte, achte Spiel hier. Ne, da steigen die Winter 4 ab in der Staffel. Hallo. Ach so. Ah. Wo sie auch noch die Dalgor Eltern feststellen können. Das war scheiße für uns. Für uns nicht geben, für die geben, was abseits war. Und du wirst schon mal treißen lassen, wenn die Gegner irgendwie fangen. Ah. Ja. Oh, ich glaube, wir sind fertig. Jungenkreis. Ja. 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 Von dem Spiel, eigentlich geht es so. Ja, weil das ist ihre Zeitung. Ja, vor allem, wie der Trainer auch mal gemopst hat. Ja. Jetzt. Das war trotzdem. Gut, Teil rein. War gut. Nächster Sitz. Schade! Die sind gut, man hat einen guten Routen! Ja, man ist ein guter Rout. Oh, fuck. Gut, gut, gut! Okay, gut. Ja, aber gleich ist es. Köln, 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 Köln! Köln, Köln, Köln! Komm, komm, komm. Köln! Komm, komm, komm! Köln, komm! Ich verliere ihn jetzt! Gut! Jetzt! Flanken! Und! Ja! Das ist es! Sehr schön! Super gemacht, Junge! Mann, da geht was noch! Komm! Musik 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 Schön sein, wenn du das mit dir machst! Schau! 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 Woah! Bleibt dran nun! Klasse! Jawoll! Kampflug! Klasse! Und sieh ab! Na ja! Oh, ey! Komm, komm, komm! Aber jetzt! Ja! Jetzt geht's los! Ja! Ja! Das war der erste Liga Mannschaft. Das war's. Mit Anzeigen, 2-1. Schöööön! Oh ja! Schön! Komm! 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 Vielen Dank. 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 Jetzt Teil, dann mach. Wo rennt ihr? Ja! 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 Musik 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 Die Wettbewerbs-Mannschaft Und das ist es. Jawoll, mach den Tonatzte. Oh, nee, zu cool. Oh, Mann. Wo bist du? Schiebe! Ja, jetzt ist es kurz. Komm, Junge! Komm, Junge! Komm, Junge! Komm, Junge! Und der hat was für heute. Wenn du an einen Weg gehst und nicht mehr falsch erbietst, dann kommt ein Tag zufrieden, an dem du alles gibst. Du wirst aufs Ganze gehen. Und jede Chance ist nass. Du kannst nicht verlieren, wenn du glaubst, schaffst es nicht mehr, wenn du dich schaffst. Komm Leo! Und! Hau! Wenn du dich aufgehst und noch das darfst du dich schaffst. Ja! Du bist immer schneller, oder? Ja, ja, ja. Wir wollen mal den Kibli und dann losgehen. Komm, der muss winnen! Wenn du manchmal hinfällst, stehst du bald wieder auf. Denn du bist ein Gewinner und kannst auch frei auf die Grenzen überschreiben. Dafür bist du geboren. Bitte, bitte! Komm, Martin! Ja, 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 ja! Schönes Ding! Leo ein! Und du weißt, wie weit du bist. Wenn du dir zutraust, Hoffnung ausstrahlst, so sehen Sieger aus. Und wenn du dich aufgehst und noch was drauf legst, gehst du als Sieger los. Wer nichts war, kann nichts verlieren. Es geht um alles oder nichts, denn dies der Tag der Sieger ist. Der für die Ege ist ... Noooo! Ohhhh. Okay, Jo. Ahhhh. Ohhhh. Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Das macht die denn da. Komm, Jo. Komm! Komm, Jo. Komm, Jo. Komm, Jo. Komm, Jo. Komm, Jo. Komm, Jo. So sehen Sie aus. Nee, nee, also ich kann keine Arbeit sein. Feierabend? Ja.